Es ist Job-Zeit, komm an! Wenn er weiß ist, gib ihm eine Chance. Er war krank und verwirrt. Wenn er schwarz ist, er ist wahrscheinlich bewaffnet. Du siehst ihn und schießt. Wann hört das auf, dass wir Leute für ihre Herkunft und nur aufgrund ihrer Hautfarbe nicht die gleiche Rechte geben? Ich glaube, wenn Leute mehr miteinander reden und sich austauschen, kommen sie darauf, dass sie mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben. Das Gefühl, dass wir alle für die selbe Sache jetzt kämpfen, egal wie unterschiedlich wir sind, das gibt mir Hoffnung. Zusammen sind wir am stärksten und gut, dass Leute sich dafür einsetzen. Amnesty International, schön, dass ihr da wart. Sie gibt eh ab! Und unterschreibt die Petition, verdammt! It's my desire, yes it is Wow, wow!